so hallo ich begrüße euch zu einer neuen folge mario maker und das letzte mal ist das ist das ist nicht was ich will wir speichern hier mal ganz kurz das ist nicht ich möchte bitte das da so ja es gibt nämlich eine neue nitschübert deswegen mario maker kurz mal wieder ein paar pärtchen wenn das video hier rauskommt gibt es die menschen waren vielleicht schon nicht mehr weil ich weiß noch nicht wann ich das video raushaue allerdings ist wer glaube ich sinnvoll ich glaube ich nehme jetzt einen partner schiebern auf vorausgesetzt er ist gut wenn ich keinen bock auf den schiebern habe ja dann wird es halt normaler part aber ja da ist er galumba aufräumaktionen also gesehen habe ich ihn noch nicht ich weiß nur dass es einen gibt aber andere parts mario maker wird ich glaube ich erst mal nach hinten stellen die haben wir keine relevanz zeitliche relevanz so besiege jeden galumba um diesen level abzuschließen nutze den roten joshi und die feuer clown kutsche um so schnell wie möglich alle loszuwerden danke dass du dieses jahr super mario maker 2 gespielt hast ah ja also wir haben eine zielbedingung 30 galumba erledigen da ist der rote joshi ok den kriegt man also gleich am anfang ach so weil wir brauchen dennoch um die abzunehmen ich sehe ich sehe ja gut den pilz hier holt man sich garantiert nicht wenn man das auf schnell spielt aber wir wollen jetzt erst mal erkunden darum geht schon mal nicht auch da gibt es noch nicht weiter ok gott kommen hier galumbelger raus kann ich da irgendwo rein nein ok wie ist das jetzt wenn ich den jetzt erledige wird er doch zu ach nee das ist ja wer meint ich wollte sagen die spiele teilt sie doch in zwei auf aber blödsinn ok passt schon also einfach gut zielen und dann naja ok da kommt er denn jetzt ja man weiß es nicht da ist eine blume drin und dann schießt joshi schon dreifach ok die müssen wir uns also auf jeden fall holen und da ist das clown car und jetzt haben wir natürlich hier jetzt haben wir natürlich die ultimative power ic 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 wie geht es weiter geht sich der wandel zu schießen okay laden wir mal auf wow ähm was ist da da unten gibt es ein neues clown car und joshi achso falls man die verliert ok dann zieht man die hier weg ok da kommt man auch einfach so ran ok oh hier gibt es eine blume dann also man könnte überlegen man könnte überlegen ob man äh und die blume noch nicht holt und die zeit sich spart das wäre sozusagen möglich dann geht es hier hoch yo yo ok den kampf gewinne ich nicht da muss ich okay verstehe dann geht es hier hoch wir müssen es ja gleich ja ok da kriegt es ein speed also hier geht es raus ok ah ok und dann ist hier schluss hallo hier ist dann wow ok wenn ich den zum schluss versauert eine gute zeit gehabt hätte bin ich matt ok ja 2 15 ich wette das geht hm wie schnell könnte es gehen 40 30 oha unter 30 ist möglich jo aber das verteilt das ist mal eine verteilung das ist mal eine sehr interessante verteilung es ist einfach gleich verteilt von 2 minuten bis eigentlich bis fast 50 sekunden ok also es ist nicht exakt gleich verteilt ich sehe das schon aber es gibt ungefähr gleich oh nein ich muss die ok ich muss schon mal so lernen zu schießen dass beide aufgehen das ist schon mal die erste ah wenn ich hier den pilz nicht hole kommt da unten auch keine blume raus na ah ja 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 moin das heißt ok das heißt wir schießen die ganze zeit nur einfach aber wahrscheinlich ist das am ende trotzdem schneller ich würde den boost hier mitnehmen der boost ist sicher wieso treff ich what what hä ah das aufgeladene kann das nur treffen ok ok daran habe ich nicht gedacht daran habe ich nicht gedacht oh wei oh wei ok ah ah jetzt kommt der wieder runter ok ah das ist aber mal ein interessanter interessanter dings finde ich mit g1 jetzt mal was an oh nein jetzt mal was anderes mal was ganz anderes ok also wenn ich schlecht bin geht es auf 112 ich meine das war jetzt mein erster richtiger versuch joa na gut vielleicht haben wie kommt so eine verteilung zustande haben leute keine lust und sagen dann hier äh nö kann das sein dass leute sagen ihr mir reicht die zeit die ich habe hauptsache ich habe es einmal gespielt ist es das ich meine oh oh das kann ich nutzen ok ähm aber das könnte sein so dass das dass es so eine kleine kleine sichtweise ist dass man so ein bisschen hier die einstellung auch der leute sieht die sagen hey nee wow die sagen nee ich will es einfach nur gespielt haben dass ich die kleidung nachher bekomme und das war's und dann nimmt man halt jede zeit die rauskommt und so entsteht dann diese diese andere diese andere äh dieses andere zeit ding nein ich ok ah der wird hochgeschossen ja das ist eigentlich gar nicht so dumm ich treffe die nicht wieso treffe ich die nicht what the hell ahja jetzt ist hier aber gleich feierabend so dann den da oben einfach wegzünden au oh jetzt ist alles weg und dann müssen wir hier aber den einfach treffen ok das geht recht fix ah da muss ich auf beide seiten gehen und dann haben wir hier eh alles wieder die frage ist jetzt wie geht das hier am schnellsten so wahrscheinlich ja so in etwa dann schnell hier hoch den weg nein ich habe ihn nicht getroffen den weg sich hier mitnehmen lassen ok und dann jetzt halt noch hier ok das war ok den schuss muss ich den schuss muss ich hinkriegen den schuss muss ich hinkriegen den schuss muss ich hinkriegen ok das wichtigste ah mann aber das ist voll gut dass man die eine reihe so schon wegnehmen kann und dann einfach noch die andere und dann einfach noch die andere abschießen muss das ist voll gut das haut ganz gut hin also in der theorie jetzt habe ich gar nichts getroffen ja jetzt ist auch egal so das reißt noch nicht die zeit raus bei mir so dann hier zack ah jetzt habe ich den unten wieder nicht getroffen ok nicht getroffen nicht getroffen oh das ist gut oh das ist gut das ist das ist richtig gut gerade gewesen das war auch gut ok 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 nice nicht 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 ah das darf nicht passieren das darf nicht passieren hallo ah ja jetzt wow ok ich muss was ich jetzt lernen muss ist diesen Swamp diesen Swamp loswerden da oben äh quatsch den Swamp nicht loswerden aber den den Galumba da oben abschießen ohne den Swamp zu gefährden also ohne den los zu schicken aber das hier ist voll voll gut hier unten so dann treffe ich hier direkt den mit einem ok normalerweise treffe ich den mit einem Schuss hat jetzt gerade nicht funktioniert ah das machen wir von da das machen wir von da ok ok verstanden dann versuche ich hier das Ding mitzunehmen treff den hier ja nice das nimmt die mit das nimmt die mit das nimmt die einfach mit ok das war nicht was ich wollte aber es ist es auch egal wir sind eh gleich durch Yoshi brauche ich nicht mehr oh shit ich brauche ich Yoshi doch noch nein brauche ich nicht ich kann da ich kann da mit der mit spust durch ok also wenn ich ihn verlieren sollte wäre es nicht so schlimm ok ok weitere Verbesserungen das hier ist das hier ist das hier ist der gute Anfang das brauchen wir genau diesen Anfang brauchen wir nein ich habe nicht getroffen nein ja das ist scheiße aber da haben wir schon gesehen wie man anfangen muss also das schwierige ist wirklich das rechtzeitig abzuschicken sodass es trifft ja nice nein falsche richtung wieso trifft er denn nicht oh man Gott aller geh weg hoch da jetzt nice 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 vielleicht besser von der seite nah es ist man wird von so viel aufgehalten es ist dramatisch so zack und ab dafür viel besser ist es jetzt nicht aber ein bisschen eine minimale Verbesserung aber da ist noch ganz viel Verbesserungsbedarf nein viel zu niedrig nein viel zu niedrig jetzt jetzt treffe ich sie mal alle ok 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 cool 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 nicht hier ah nicht hier hängen bleiben man nein nein geht er hoch guter welt so hier muss ich irgendwie richtig gut durchkommen das tue ich halt so überhaupt noch nicht Gott wie komme ich da am schnellsten durch da brauche ich eine ganz andere Taktik noch hier für den Teil brauche ich noch eine ganz andere Taktik die da aktuell vorhanden ist ist kompletter Mist ei 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 das war nicht besser also das Rätsels Lösung wird halt das sein dass man wirklich exakt immer trifft und das werde ich nicht hinkriegen weil das zu timen das perfekt zu timen das ist jetzt nicht gerade meine große Stärke meine große Stärke HALT das ist kipp das ist super das ist das ist das ist das ist ja man muss sich halt drauf verlassen dass man gleich trifft so wenn man da halt nicht wenn man da halt nicht trifft ist es halt schon bist aber das ist das was ich meine dieses timing da passend zu treffen das ist das schwierige wieso bin ich jetzt noch mal extra gesprungen was war das denn ich habe die taste nicht mal gedrückt der schießt ich verstehe das gar nicht joshi muss doch vorher schießen irgendwie bin ich mit dem schießen noch nicht so ganz drin ich check aber gerade was ganz anderes ich muss da oben nicht anhalten ich kann den zwang auslösen und zwar so dass ich vom zwang nicht getroffen werde das müsste funktionieren alles ist jetzt kurz testen es ist auch egal wenn ich den hier auslösen naja naja das muss besser geht ich habe ich weiß wie ich weiß wie ich weiß ich habe da eine idee nein ich mach das viel zu spät dass ich das noch nicht treffe so da mache ich einen kleinen sprung und dann ja das war aber die idee ist glaube ich gut ich mache einen kleinen sprung hoch und dann passt die geschichte ich mache das zu spät mann warum ich krieg das halt nicht koordiniert dass ich zwei sachen mit zwei sachen schießen das ist es ist eigentlich traurig dass das nicht hinkriege so zack ab da auch ab nach oben jetzt hat er die nicht mitgenommen so ist gut so ist gut so ist gut so ist gut so ist so ist super so ist super sagt 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 alles weg machen ich komme nicht hoch aber ich bin schon wieder nicht also viel schneller bin ich immer noch nicht das sind gute 20 sekunden die ich noch gut machen muss es ist ein bisschen verbessert bisschen verbessert ist es aber minimal auf weia ja das ist da bin ich noch nicht zufrieden ich würde schon gerne auf die 40 kommen meine recht viele kommen auf die 40 also das muss doch möglich sein nein das ist zu niedrig er muss halt hier sofort treffen das ist zum kotzen dass ich das nicht hinkriege boah so aber das war das was ich meinte genauso nein jetzt und ab dafür diesmal ich habe ich die mitgenommen sehr schön jetzt habe ich die aber nicht wieso treffe ich denn jetzt nicht mehr die habe ich davon auch mit runter gezogen kommt man hier irgendwie da kommt man nicht besser hoch ne da kommt man nicht besser hoch keine chance schlecht aber das sind das sind zwei sekunden am anfang die reißen sich aus wird das muss ich halt man dass ich das nicht besser treffe ärgert mich dann hier schön durch jetzt habe ich das verpasst aber ist egal jetzt treffe ich das wieder nicht junge wow ja der teil ist dann halt logisch so hier kann ich ja nichts anders machen hier kann ich halt letztendlich sagen das machen kann jetzt aber aufhören auch ich muss jetzt nicht durchs ziel hier noch mal extra geht schneller so nein zu niedrig zu niedrig naja jetzt aber hier ist egal oh shit das das muss ich ich muss jetzt mal lernen joshi schießt halt nicht sobald ich möchte das ist das ding beim ersten mal schon aber wenn ich jetzt hier hoch fahre jetzt wird ist getroffen es ist doch weil ich kann die halt mit einer reihe mit einem schuss kriege ich die halt alle weg das ist das ding so jetzt probieren ja genauso 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 dann hier schön durch das war gut das war richtig gut jetzt hänge ich halt aber hier wieder drei jahre fest das ist halt müll jetzt hänge ich hier wieder drei jahre fest aber ich bin deutlich schneller als vorher naja jetzt nicht mehr so deutlich schneller aber ihr seht ja aber das ist dieser anfang ist so wichtig und dann der rest und dann da oben nicht hängen bleiben boah aber wie kommt man denn da auf 30 sekunden das ist ja wieder komplett wahnsinn das ist ja wieder komplett wahnsinn da auf 30 sekunden zu kommen aber da muss halt da darf halt dann so ein schwachsinn hier schon mal nicht passieren da muss halt wirklich alles laufen das ist auch gar nicht mein mein ziel das ist gar nicht mein ziel gottes willen habe ich hätte gerne mal einen einigermaßen nein einen einigermaßen smoothen lauf nach oben das wäre mal ganz cool jetzt bleibt das ding dahin ach ach geh doch heim oh ich habe da gerade nicht grundsätzlich eine idee aber ich weiß nicht ob das hinhaut ab dafür ab mit dir ab mit dir wenn ich jetzt nicht kompletten müllmach macht das wird es eine deutlich bessere zeit ja so fünf sekunden besser wird es okay cool sub 50 sind wir schon mal sub 50 sind wir schon mal aber ich habe eine idee ich habe was gesehen ich habe was gesehen leute eine sache die mir bisher noch richtig viel zeit kostet kann ich verbessern ich kann die steine wegschießen ich kann die steine wegschießen und zwar sage ich gleich welche die da hier Geh hoch, geh hoch, geh hoch, Mensch. Nein! Habe ich noch gekriegt? Ich habe nicht gekriegt, nein. Aber versteht ihr, was ich meine? Wenn ich das gut time, kann ich da Zeit gut machen. Jetzt müssen wir aber langsam wirklich so spielen, dass ich die Reihe hier oben mitnehme. Ha! Nein, jetzt hüpft er wieder extra! Mach das nicht, Yoshi. Ja, oder so. Oder ich treffe halt genau die Mitte, dann ist es auch okay. Nein! Genau drunter! Wieso treffe ich die jetzt nicht mit den Oberen? Was ist denn los? Ah, da habe ich jetzt ein bisschen getrönt, aber es ist okay. Ach so! In dem Moment, wo ich hier rausspringe, verliere ich die Aufladung. Okay. Also dann vorher oder nachher aufladen. Vorher oder nachher aufladen. Nein, jetzt habe ich die wieder nicht... Ach, das nervt mich so, dass ich das manchmal nicht treffe. Ja, weil der halt zu niedrig ist. Der ist zu niedrig. Ah, scheiße! Wie mache ich denn das hier? Sonst hat es das mal angucken. So, du gehst jetzt mal weg. Ist hier eigentlich irgendwas Spannendes drin? Nur mal so? Nein. Wie mache ich denn das, wenn ich hier hochgehe? Das ist das Ding. Ich verliere hier alles vorher. Das ist blöd. Schau mal her. Also ich komme aufgeladen hoch. Kann ich den vielleicht sogar nutzen, den Bumper da, wenn ich hier so ankomme? Mann, ey! Wenn ich hier so ankomme, dann hier so drauf. Wenn ich hier so ankomme, hier so drauf. Alter! Wenn ich hier so ankomme, hier so drauf. Hätte ich den jetzt getroffen? Ich glaube nicht, ne? Oder kann ich den anders antriggern? Kann ich den von hier auch? Okay! Ich kann den von hier auch antriggern, ohne dass ich da hochhüpfen muss. Dann kann ich das nämlich so machen. Okay. Okay. Mir ist ne Idee. Ist ne Idee. Aber ich treffe die Reihe nicht mehr. Wie habe ich das vorhin gemacht? Ich habe doch sonst die obere Reihe mitgenommen. Nein! Goddang it! Hier, ich treffe das nicht mehr. Bin ich da nochmal in extra? Habe ich da nochmal einen Extrasprung gemacht? Oder was habe ich getan? Jetzt habe ich den nicht mehr angetriggert. Ah, es passt aber, es passt aber, es passt aber, es passt aber. Ab dafür! Nein! Jetzt fängt er hier... Ah, ich könnte kotzen! Das war so gut jetzt gerade, ne? Bis gerade eben war es so gut. Äh, jetzt habe ich es eh wieder... Weil jetzt wieder die Reihen da nicht mitnimmt. Oh, ich könnte so ausflippen. Okay, ähm... Wie kommen wir hier schnell durch? Das scheint... So wirklich schnell gibt es hier nicht, oder? Ich glaube, über die Pflanze ist es leichter. Ich glaube, über die Pflanze ist es schneller. Ich bin mir noch nicht sicher. Ja, aber hier komme ich nicht mehr hoch genug. Ich meine, wenn ich das hier hinkriege, dass er die zwei aufmacht, okay. Dann habe ich keine Zeit verloren, aber... Ne? Ah, nein! Ja, egal. Nein, wieder zu niedrig. Das regt mich so auf. Jetzt habe ich das nicht angetriggert. Okay, das müssen wir jetzt mal ausprobieren. Das müssen wir jetzt mal üben. Also, ich komme hier hoch. Jetzt habe ich den wieder nicht angetriggert. Also, ich komme da hoch. Ne, ich will da nicht rausspringen. Genau das will ich ja eben gerade nicht. Das ist nicht, was ich will. Das hat doch vorhin auch funktioniert. Hier so an dieser kleinen Ecke muss ich den erwischen, ne? Hä? Äh, hat das vorhin nicht funktioniert? Hä? Hä, ist der nicht vorhin hier auch losgesprungen? Ist er gar nicht. Hä? Okay. Hatte ich das... Ist er vorhin an der... Ich habe gedacht, der ist vorhin da losgesprungen an der Stelle. Scheinbar nicht. Also, muss man schon den so weit... Ja, okay. Hm. Aber wie habe ich denn den Sprung davor gemacht, dass ich beides mitgenommen habe? Bin ich da nochmal extra abgesprungen? So, oder was? Kann auch sein. Keine Ahnung. Das ist zu niedrig. Äh, zu hoch. Mann. Ich verstehe das nicht. Jetzt hat halt das wieder nicht funktioniert. Ach, es ist doch zu draußen alles. So, aber wie gesagt, ich glaube... Von der Reihe aus geht es einfacher, den ganzen Kram hier mitzunehmen. Dann hat der da nämlich auch mehr Platz nach unten. Ja, das könnte besser sein. Ich habe jeden Schuss in die Wand gepfeffert. Wow. Ja, irgendwie so habe ich es wohl gemacht. Okay, meinetwegen. Jetzt geht die Batterieleistung flöten. Ich glaube, es ist gehackt. Eine Zeit für Batterieleistung jetzt hier. Komm runter! Nein! Das ist gerade viel zu gut. Das ist gerade viel zu gut. Scheiße. Naja, naja. Es hätte besser sein können, wenn ich den Quatsch nicht gemacht hätte. Ja, okay. Aber wir hätten eine bessere Zeit gehabt. Einen Versuch noch, dann hören wir auf. Das wühlt mich doch zu sehr auf. Also sub 40 wird nix. Aber man versteht, glaube ich, ganz gut, wie man hinkommen kann. Man versteht ganz gut, wie man hinkommen kann. Abflug. Lass mich hoch. Lass mich hoch. Ich habe es wieder nicht. Okay, letzter Versuch. Ich frage mich gerade vor allem, ob man am Schluss wirklich noch mit dem Gefährt unterwegs sein soll. Oder ob man da einfach... Oh, das müsste ich mal ausprobieren. Das müsste ich mal ausprobieren noch. Das probieren wir mal aus jetzt noch schnell. Ist jetzt auch alles andere egal. Ich muss was testen. Das müsste doch möglich sein. Das müsste doch möglich sein. So hier und dann... Naja... Stopp, Yoshi! Yoshi! Du Pflaume. Du Pflaume. Alter! Wow. So. Yoshi, wir müssen was testen. Abflug. Ist das schneller? Also jetzt, klar, gerade natürlich nicht. Aber es ist möglich, ne? Ist der Rest mit Yoshi alleine schneller? Loll. Das wäre denkbar. Ich glaube, es wäre denkbar. Ach. Nein! Wieso schieß ich denn jetzt? Alter! Alter! So schlecht, was ich gerade fabriziere hier, ne? Oh. 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 Es könnte schon schneller sein, das mit dem Gefährt, oder? Ich glaube, ja. Ich weiß es nicht. Ich könnte es mir denken. Ich könnte es mir denken. Aber gut. Sollen wir es dabei belassen. Ähm. Ich werde mir natürlich wieder so ein paar Wege angucken von den größeren YouTubern. Also Mario Maker YouTubern. Äh. Aber, ja. Bis 5.1. haben wir Zeit, das nochmal zu spielen. Vielleicht mache ich es bis dahin nochmal. Ganz interessante Geschichte. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und sage Tschüss. Und lad meine Batterie an.